Moin 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 aus Hamburg, Cody der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und wir zocken heute die letzten 5 Spiele von Food Champions und es wird heute sehr sehr spannend, weil wir nämlich Platz 1 werden können wie wir zum Beispiel sehen können, wir gehen jetzt mal kurz in die Bestenlisten der Beste ist ein Amerikaner, in der amerikanischen Region mit 39 Sieben und der Skillwert ist zwar ganz in Ordnung, aber vielleicht können wir ihn ja schlagen dann werden wir auf jeden Fall Erster in der Welt und wenn wir schon Erster in Europa sind, dann wäre es natürlich auch gut und auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt, wir haben jetzt 34 Siege und 5 übrige Partien und ja, ich spiele bisher richtig gut, also ich habe ein paar Tage Pause gemacht von FIFA und ja, das hat mir gut getan und ja, deswegen wollen wir jetzt mal in die ersten bzw. in die letzten 5 Spiele gehen ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück an unserem Start und ich werde nicht so laut sein, weil es jetzt schon 3 Uhr morgens bzw. 3 Uhr nachts ist 3 Uhr morgens, 3 Uhr nachts und dementsprechend werde ich ein bisschen leiser sein auf geht's ah, übrigens hier ist mein neues Team das habe ich mir am Freitag bzw. am Samstag gebaut und ja, schaut es euch an wir haben hier Viera, Best und Griezmann diesmal und ja, das ist mein Team sehr zufrieden mit dem Team ich habe jetzt eine Niederlage bekommen, die okay ging mein Gegner hatte 4 Schüsse, 4 Tore und ich hatte irgendwie 9 Schüsse und er hat halt 4 Tore gemacht auf jeden Fall, ja, sagt mir mal, was ihr von dem Team hält ich finde, das ist eigentlich ziemlich nice also lässt sich auch richtig gut spielen und ich würde mal sagen, labern wir nicht so viel, sondern spielen wir direkt let's go so, wir haben hier unseren ersten Gegner was hat er für ein Team Griezmann Sonsi, Info, Modric Koscielny Pepe Mandanda Mandanda ist ein guter Keeper Kavajal Williams, Martialo schon ein gutes Team müssen wir auf jeden Fall aufpassen ey ey, wir waren durch nicht mal ne Gelb oh mein Gott Griezmann Griezmann oh, schade immer schön mit seinem linken Fuß schießen der ist so brillant, der linke Fuß unten steht er yeah wow guter Schuss Ronaldo let's go jawohl wer war's? Desai der Innenverteidiger macht hier das 1 zu 0 Marcel Desai trifft nicht oft bei mir muss ich ehrlich gestehen so, und unser Gegner hat hier gequittet hm das ist natürlich gut für uns und ja würde ich auf jeden Fall nehmen ähm aber warum hat er denn jetzt bei 1 zu 0 gequittet könnt ihr mir das erzählen? also gut vielleicht denkt er ja dass ich vielleicht ein krasseres Team habe als er gut aber da muss man ja nicht direkt aufgeben oder? ich spiele hier gegen den Foodgründer ich mag es eigentlich gerne gegen Foodgründer zu spielen viele sagen ja man soll nicht gegen Foodgründer spielen wir haben hier im Team Falcao in Form oh, Falcao in Form habe ich noch nie gesehen Sanchez Clichy Castellini Ballerin De Bruyne Cottoir 95 Chemie allerdings ok die Formation ist auch sehr interessant mit der Formation ähm hab ich hab ich auch mal einen Blick drauf geworfen ob ich die vielleicht mal benutzen sollte ja komm oah Grießmann am Köpfen aber leider war der Kopfball nicht stark genug lol schaut mal auf der Minikarte was macht sein Spiele denn da? what the fuck oh nein das hätten wir ausnutzen sollen aber das wäre wahrscheinlich echt zu zu wie soll ich sagen zu unfair was hat er bitte gemacht? oh was oh Ronaldo 1-0 oh ich hätte gar nicht gedacht dass er so in der Form reingeht schauen wir uns nochmal die Weplay an der Ball verspringt da wow krass Ronaldo ist durch Ronaldo oh wow ich dachte schon ich hab gejoked der Keeper hat mich ein bisschen überrascht aber zum Glück ging der Ball noch rein so jetzt drückt unser Gegner wieder Start weiß jetzt nicht ob er ja er kürtet wieder ist natürlich gut für uns und an dieser Stelle wollte ich mich mal für das krasse für die krasse Bewertung ich glaube 130 Likes hatten wir beim letzten Video bei den letzten 7 Games in Food Champions auf jeden Fall vielen Dank dafür wenn wir nur annähernd so viele Likes nochmal kriegen würden dann würde ich echt sehr sehr glücklich sein so wir spielen jetzt gegen FC United wie es aussieht und was hat er unser Gegner hat Rashford Dybala Markisi Rooney Kanté Ericsson Inform Sandro Basali Movemberkarte Ballerin SPC Bailly und Buffon wow interessantes Team wird schwer stark Ronaldo wieso braucht er so lange zum schießen es ist gefährlich aber gut verteidigt von dieser lol nein der Pass muss nur noch ankommen und da steht es 1-0 stark ja nein was was war das denn let's go Ronaldo oh nein was für Abseits let's go ja wow jawohl ein bisschen Glück am Ende gehabt aber habt ihr diese Flanke gesehen die war richtig nice leider ging der erste Ball nicht rein aber George Best hat natürlich auch ein gutes Positioning und dementsprechend steht 1-0 für uns Best Best macht mich stolz 1-0 zur Halbzeit 6-0 Schüsse wir haben das Spiel eigentlich ziemlich gut im Griff aber 1-0 ist natürlich immer so eine Sache da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen stark gemacht grisly wow stark gehalten von Buffon schön gespielt das ist die Chance wow Buffon kommt da noch ran krass grisly ey 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 das gibt es doch nicht ey komm let's go ja Ronaldo 2-0 unser Gegner geht hier auf Start schon wieder und er quittet somit haben wir das Spiel auch gewonnen haben wir bisher glaube ich ich glaube haben wir schon mal ein Gegentor kassiert in diesem Video ich weiß es gerade gar nicht 12-0 Schüsse also sich außerordentlich ist nichts zugelassen um Platz 62 sind wir jetzt erstmal für übergeht und wir haben noch zwei Spiele übrig so wir haben den nächsten Gegner FC Baden-Neyros er hat Aubameyang Müller Hector Kevin Vogt Zuckertes in Form Brosinski-Vidal okay Mbolo in Form Draxler ein gutes Team also ein Bundesliga-Team habe ich glaube ich noch gar nicht gehabt ja mal schauen wie es so laufen wird unser Gegner quittet hier hä ich check's nicht wieso quittet der denn haben wir jetzt einen Sieg bekommen ne hä er darf einfach so quitten und er kriegt er hat doch bestimmt jetzt einen Lost bekommen oder ja ich denke schon dass er einen Lost bekommen hat gut gut für uns weil er ein ganz gutes Team hat habe ich jetzt nicht wirklich verstanden aber gut so da haben wir auch schon direkt den nächsten Gegner wir haben hier Brian Fonte heißt er Messi die Legende weiß ich gerade gar nicht Fellaini, Iniesta Juan, Fran, Ramos, Smalling, Luke Shaw und Navas interessantes Team ein sehr interessantes Team Messi ist natürlich ein Spieler wo ich aufpassen muss let's go Ronaldo mach ihn doch best irgendjemand das kann nicht sein ja man alter Ronaldo nach brillanter nach einer brillanten Vorlage von Griesenmann macht ja Ronaldo das 1 zu 0 für uns in die lange Ecke ein ganz normaler B-Schuss let's go Elva ey das war ein Elva Jungs ich schwör's euch ich schwör's euch habt ihr das gesehen das war ja mal so ein Elva ich glaub Hullitz ist gefallen und der Schiri pfeift nicht er pfeift nicht oh mein Gott also noch auffälliger geht's ja gar nicht Griesi oh komm Elva vielleicht schon wieder nicht ok den hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gegeben aber den ersten ja mal ganz klar zur Halbzeit steht's 1 zu 0 geh ich auf jeden Fall mit unser Gegner wieder 0 Torschlüsse also unsere Verteidigung läuft auf jeden Fall oh nein nein Hullitz mit nem blauen Schwarz an den Pfosten das gibt's nicht Pogba oh nein nein Pogba wunderschön wunderschön auf Griezmann die wollen hier irgendwann mal zusammenspielen also wenn die so irgendwo da spielen dann bin ich mir sicher dass die abgehen werden griesen mal mit dem Kopf so wir gewinnen das Spiel 2 zu 0 und ich bin mal gespannt welcher Platz wir jetzt sind wir checken auch gleich mal die Skillpoints ab wie viel wir denn schon haben so unser Gegner hat einen Schuss dementsprechend geht der Sieg natürlich klar in Ordnung Platz 29 so wir sind jetzt bei 38 ich check mal ganz kurz die Leaderboards ab hier so 38 ok so unser nächster Gegner triggert FC und er hat Mathial Islam Slimani Mané Emre Can Kanté Walker Luke Shaw Chris Morling Bailey und Hugo Llorisam gutes Team auf jeden Fall die Formation gefällt mir jetzt nicht so also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber wir dürfen auf jeden Fall den Gegner nicht unterschätzen Ronaldo was ein Ding Ronaldo 2 zu 0 und was ein Schuss in die lange Ecke schauen wir uns nochmal zusammen an und dann bam perfekte Flugrichtung wunderbarer Start Chris Mann komm Ronaldo 2 zu 0 ja der Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten machen wir es jetzt um 2 zu 0 und der Gegner drückt Start ich finde er jetzt schon quittet dann wäre es natürlich ziemlich früh mal schauen ja er quittet so wir haben 39 Siege geschafft ich bin jetzt mal gespannt ob wir erst an der Welt sind ich denke mal wir sind auf jeden Fall Top 3 und wir sind vierter in der Welt ja auf der Xbox vierter in der Welt eine super Leistung wie ich finde ähm ich kriege das Grinnen gar nicht mehr aus also ich will jetzt mal ganz kurz die Skill Points nochmal abchecken so genau wir sind vierter mit 39 so der ist ein Amerikaner also sind wir der drittbeste in Europa also da könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like da lassen ne wenn euch das wieder durchgefallen hat lasst ein Like da ähm ja ja gut die Skill Werte sind mein Skill Werte ist momentan nicht so gut könnte ein bisschen höher sein aber kann man sich ja nicht aussuchen ja 40 gespielt 39 gewonnen und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz meinen einzigen Loss den habe ich extra für euch ähm gescreenshottet schauen wir uns direkt mal hier an äh das ist der hier genau dann habe ich noch 4-2 halt kassiert in der letzten Minute ähm 62% Ballbesitz 89% Passgenauigkeit 7 zu 4 Schüsse aufs Tor gut er hat alle Tore reingemacht er war Park der Bass und konnte und ich habe ihn auch angeschrieben und er hatte 24-1 zu dem Zeitpunkt also er war auch ein guter Spieler allerdings halt in Park der Bass aber ich blame ihn jetzt nicht oder so so ja boah das war jetzt wieder ein langes Wochenende ich hoffe ihr hattet heute äh beziehungsweise gestern hattet ihr ein frohes Fest habt ihr viel Zeit mit eurer Familie verbracht und hoffentlich auch gute Geschenke bekommen also ich denke mal das war es jetzt erstmal von mir lasst auf jeden Fall mal ähm lasst es mir auf jeden Fall wissen ob ihr was ihr für Ergebnisse in der Weekend League gemacht habt und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag euer Cody der Finisher ciao So.